diesmal muss man ja wussten kann auch immer geht und ich glaube wenn du durch den keller gehst kommst du rüber auf die andere seite denke ich mal muss da doch hier rüber kommen ja die m700 habe ich noch nie gesehen ich hatte auch noch keine m700 ich muss es irgendwie nicht mehr identifizieren ja Okay. Okay. Target located. I hit him. Target located. I hit him. Ich auch. Halt du. Ein noch in beiden. Nein. A hostile Firefly is attacking me. Da kann ich. Da hat bloß ne 3er Body Armor. Mein ich aber noch. Gut. Kannst mich aufheben? War das? Ja. Jaja. Das muss ja gewesen sein. Boah. Ich habe ja nichts gesehen, alter. Oh. Geil. Geil. Das ist nicht mein glücklicher Tag. Wo war denn da? Ah, hier oben. Oh, alter. War so knapp. Gut, dass ich die 5 Uhr Rüstung gefunden habe. Wo ist der andere? Fiskortauschnitt. Ja, meine 5 Uhr Rüstung ist durch. Muss raus hier. Ja. Aber irgendwo hier hinten war der. Wo ist der VZ? Hier. 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 Okay. AKM. Okay. Ha. Halt meine Rüstung. Boah, jetzt hat er die Rüstung getauscht. Das ist der blöde. Hau ist doch. Ja. Du brauchst noch Toktex mit. Das ist dieselbe Rüstung. 5L. Was ist das für eine hier? 5A. 5L ist besser. Dieses New World-Photo brauchst du auch. Ach und? Boah. Wo ist denn das hier? Ben weg. Auto her. Ja. Ja. Okay, komm. Na dann können wir hier zurück rein lassen. Exit bei 200. Aber ne. Hier vorne ist ja 160. Das ist ja näher. Oh. Wo rennst denn du? Oh, hin. Was? Na zum Exit? Na ja. 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 Hat denn das jetzt hergescheppert? Weiß ich nicht. Das war der Sniper nicht, glaube ich. Das ist ja nicht. Ja. Meine Frau, die Arme ist auch runter. Ja. 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 Ach so, ja. Stimmt. Kommt was. Warte. Was? Katze aber. Boah. Wir müssen unbedingt raus. Geil. Das könnte doch wo Russkampf sein. Die komplette Rüstung und sogar in die Ausländer. Die wollen aber neu, oder? Ja, hat BT gehabt. Ach, das ist ein Skepp. Okay. Juii. Das war's. KC, Juii. Ufa. KC, Juii. Er stopft, oder was? Um? durch die tue target located ich bin ja noch überlegen sie rum na los wollen wir alles verlieren und da ist einer oben ja target located ich habe einen geboten oder du oder so ok ok haben die alle mit hier oben gewesen ja ein bisschen platz machen die waffe nehmen die waffe nehmen ich habe ich habe die beste braucht nicht kommen das war geil dass du den mit der granate abgestattest das war nicht keiner hat der kokus ach so ich dachte du hast ihn mit der granate gesprengt ich wollte ich hatte keine ich hatte ihn geschmissen aber die scheinen keine wirkung gehabt zu haben das war eins kennen wir uns aus ja 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 hier sind wir jetzt um oh geil können wir gleich mal direkt in den kamera rüber gucken ja war das hier äh na ja im ausgang am exit oder irgendwo dort ah ja ja ich dachte wir sind da wo ist denn das jetzt wo sind denn jetzt hier ist ja hier hinten hier vorne 128 meter ach da ach ja da sollten wir das finden ach wir sind parallel dazu oder stimmt das ist von der plase oder ne feuerflieger Jaja, sind zwei ja. Oh, Alter. Da ist noch links noch so ein Heini. Ich habe euch keine Medizin mit. Was ist los? Da ist noch einer. Elite-Chef. Okay. Die werden da wohl was haben hier, oder? Ja. Easy. Raus oder was? Würde ich auch noch nehmen hier, oder? Kannst, kannst du greifen. Meine Waffe nehmen wir wenigstens hier. Hier ist auch noch was. Na ja, die sind auch da. Eine Feuerfliege war hier dabei, mindestens. Mhm, das waren zwei ja. Ah. Hat es ja in die Beine gefassen schon. Aber nur unter dem LKW halt. Ja. Boah. Es geht zwölf. Ho. Ja. 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 New World? Wo ist das nicht schon? Der Stapler. Am Tisch liegt der Stapler. Raimund? Ach ja, das ist aber scheiß Boss. Hm. Oh, oh, rollt. William. Das ist Spirne. Weil ich gerade sage, eine William Spirne. Was? Hä, komm mal hier reingekommen. Er hat mich ja erschossen, Alter. Häng in there, you're gonna be fine. Okay. Schönes Ding. Geil. Thanks. All clear here. Und das war immer. Das war immer nach rechts weggelaufen. Das war nach rechts weggelaufen. Das sah aus wie ohne. Ohne alles. Ist das scheiß Bossen oder was? Er war das. Boss Raimund. Mit seinen Guards. Ja. Was? Was für ein Gejammer. Alter, wir sollten glücklich raus dann. Ja. RP 16 AKM. Ich habe ja nur solche übelsten Waffen, Alter. Oh. Hier AK-103, wo die aussieht, Alter. Ja, Wahnsinn. AK-103, Alter. Waffen dabei. Ist doch noch mal. Ich meine, es ist schlimm, wenn man die PS, muss ich sagen. Oh, die haben alle da, dass ich übelsten Waffen. RP 163. Ich glaube, wir müssen, ja? Heiß drauf hier. Ich will hier noch mal ein bisschen rum schnöpern. Obwohl, wir sind voll, ja? Ja, ja, deswegen. Na ja. Dann gehen wir nachher wieder hier rein. Ja. Der Schöpfer kommt schon, oder? Wir müssen nicht unbedingt raus hier. Sonst sind wir tot. Kannst du noch mehr? Komm. Das heißt, es ist gut. Den kann man da oben bringen. So. Ja, Munition hat auch knapp. Ja, drum. Und so verkifft jetzt. Mhm. Die Lappen. Raymon. Komm mal aufhören, ne? Ja. Das ist doch Wahnsinn. Jetzt. Das ist auch so. Müller. Ich hoffe, mir ist weg. Ja. Ja, ja. Das war mir so übel. Das ist ein großes Gebäude in der Mitte. Okay. So, erste Feuerfliege ging weg. Das hier immer eine Feuerfliege sitzt, Alter. Hm. Hä? Komm ich ja nicht rein zu der Tür? Hm. Ich muss da reinkommen, doch griechen. Der will das mal retten, oder? Oder? Wollen wir? Ja. Oder? Es ist mir. Aber ich habe die BB-9 in der Arcam. So, komm ich gleich. Ah, voll ist schon. Mhm. So, hier kann man drüber springen. Boah, da war eine Liege. Und hier wird es lustig jetzt. Ja? Warum? Weil hier Action ist. Okay. Mist. Hat er echt das hier bewusst aus dem Heerabkommen hätte ich nur Ammunition mitgenommen? Hm. Boah. Woih. Wie? Woih. Herzlich Are you okay? Nein, wo bist denn du Blei? Ach so, warum sagst du es nicht? Ich bin genauso schnell geschoben wie du. Warst du hinter mir? Ich bin ja neben dir. Ach so. Ach du Scheiße. Ich hätte umlegen können, aber ich dachte, du warst das. Deswegen hatte ich eine Verzögerung drin. Und dann war ich halt tot. Halt gleich umgefallen. Das war aber nicht der The Mafia, oder? Nein, nein, ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach so. Die war ja gut. Die Body-Armo nützt mir gar nichts. Da bin ich. Da tippt jetzt auch noch was. Hm. Boah, Alter. Bin ich wieder tot. Ach, das ist doch sinnlos. Was ist denn das? Elite-Gay-Virus oder irgendwas? Kannst du hier reinkommen? Ja, ja. Das war doch ein bisschen ein Spot, Alter. Ein Schuss und ich bin ungefallen. Ja? Die sind doch behindert, Alter. Die sind prachtial. Ja, aber wie? Ja, aber wie? Na jo, da müsste man sagen, wir haben auch nichts. Ja. Ist richtig. Wir haben hier auch noch am Tisch durchkommen. Das Stück muss doch noch kommen. Ich komme nicht durch. Pass nicht. Vielen Dank. Warte, ich habe hier ein bisschen Medizin fertig. Ah, ich habe noch was. Boah, habe ich Sinn jetzt nicht? Alter, das Alter. Boah, vergiftet auch. Ich glaube, hier war das arme Schwein. Mhm. Das war mit der PP-19, genau. Den haben sie erlegt. Mhm. Oh, Alter. Ich habe mir eine gegeben. Ich bin ja wieder zurück ins Treppenhaus gekloren. Kannst du mich aufheben? A style of firefly is attacking me. Hör doch auf. Okay. Die beweisen doch, Alter. Ein Schuss. Nee. Meldet ich den Wechsel. Das kann man vergessen, Alter. Das kann man vergessen. Nee. Die Scheiße. Niemals. Ich war mit einem Schuss aus der Lage. Der lag hinterm Geländer. Lass mich da rein, Mensch. Die ist jetzt hier aber in der Lage. Okay, das ist auch. Okay, das war's. Stay close. Es ist gefährlich hier. ich glaube in das haus gehe ich nicht schon mal rein aber was aber zu verlieren ja alles ich finde ja nicht meine waffe hier liegt nichts alter wieder dieser idiot naja ich bleibe hier ich will sie nicht zu dir führen 308 xm 18 hat er geschossen ist klar ja